Der Bürger hat kein Recht auf ein rundum sorglos Versorgungspaket. Weder in den USA noch in Deutschland noch anderswo. Aber er hat ein Recht darauf, dass der Staat bestimmte Rahmenbedingungen schafft. Und wenn beispielsweise, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Verkehr, wenn die Infrastruktur im Land in einem Zustand ist oder auch die Industriebasis im Land in einem Zustand ist, dass diese Grundversorgung nicht mehr gewährleistet ist. Ich meine, wenn Autobahnbrücken, eine Autobahntrasse, die für das Sauerland lebensnotwendig ist, für die kleinen mittelständischen Unternehmen und auch für die großen Unternehmen unverzichtbar ist, wenn das nicht schnell repariert wird, in Ordnung gebracht wird oder frühzeitig investiert wird, wenn in Bahnsysteme, in Digitalisierung eben nicht frühzeitig investiert wird, dann wird der Staat seinem Auftrag nicht gerecht.